Fitness-Apps und Fitness-Uhren und so weiter bringen dir keine Erfolge. Darum geht es in diesem Video. Heutzutage da draußen gibt es sehr viele verschiedene Fitness-Apps. Meist sehr, sehr günstig, kommen immer mehr auf den Markt. Die neuesten Apps werden immer besser. Immer wieder eine neue App, die die allerbesten ist. Fitness-Uhr, Fitness-Tracker, Apple Watch, es gibt hunderte Sachen davon. Auch viele verschiedene Fitness-Apps. Es gibt auch andere Firmen, die sind schon ein bisschen weiter. Die arbeiten zum Beispiel mit Algorithmen, mit künstlichen Intelligenzen. Die sind schon viel, viel besser, aber auch noch immer nicht das Ideal. Viele fragen, Henry, bringt das Ganze was? In diesem Video erfährst du, warum das meistens einfach nur Bullshit ist und warum es reine Geldverschwendung ist und einfach dafür sorgt, dass du keine Erfolge erzielen wirst. Diese Apps beispielsweise, diese Fitness-Apps, die klingen sehr oft verlockend, denn sie sind günstig, sie schauen sich dann genau an, okay, wie groß bist du, wie schwer bist du, wie auf die Woche kannst du Sport machen und darauf basierend kriegst du dann einen Trainingsplan und einen Ernährungsplan, der vielleicht für dich passend ist und die Erfolge bringen soll. Wenn wir uns mal anschauen, wie diese Pläne genau aufgebaut werden, dann stellen wir schnell fest, dass so eine App gar nicht genau weiß, wie wir jetzt persönlich aussehen. Sie kennt dein Aussehen nicht, sie kennt deinen Körpertyp nicht und dementsprechend gut sind auch die Pläne. So eine Fitness-App hat gut und gerne mal hunderttausende Nutzer, manche sogar über eine Million. Wie viele davon haben wirklich Erfolge erzielt? Recht wenige. Das liegt daran, dass es einfach nicht individuell ist. Man kann nicht anhand deiner Körpergröße, deines Gewichtes und vielleicht deinem Alter feststellen, was wirklich eine gute Ernährung, gutes Training für dich und für deinen Körper speziell ist. Ich habe schon viele Apps da draußen ausgetestet und individuell ist das Ganze wirklich nicht. Denn keine App, kein Algorithmus kann wirklich deinen Körpertypen sehen. Sehen, wie du aussiehst. Deinen Alltag genau analysieren. Das heißt, welche Sachen magst du wirklich, welche Sachen magst du nicht? Wie passt das ganze Zeit nicht bei dir rein und so weiter? Was ist wirklich dein genaues Ziel? Klar kannst du angeben, ja, ich möchte 20 Kilogramm Muskeln aufbauen oder ich möchte 30 Kilogramm abnehmen. Das kann man natürlich eingeben, aber wie man genau aussehen will mit den Körperpartien etc., das ist nie möglich und das ist wirklich nie genau. Wenn man es mal anschaut, dieses ganze Wissen, was es da so gibt in diesen Apps, das gibt es auch alles überall im Internet. Das Internet ist voll von Wissen und du kannst alles googeln. Jeder könnte theoretisch Arzt werden mit dem Wissen, was es im Internet gibt, aber es scheitert nicht am Wissen, denn Wissen bringt gar nichts. Wissen es nicht macht, sondern umgesetztes Wissen und angewandtes Wissen. Dass wirklich dieses ganze Wissen aus dem Internet bündelt und daraus wirklich ein Ernährungsplan schmiedes und ein Trainingsplan, der für dich wirklich funktioniert und für deine Situation und für deinen Alltag wirklich passt. Und wenn das nicht gegeben ist, dann bringt es wirklich nichts. Und da stößt du sehr schnell an die Grenzen. Beispielsweise, dass du nach ein paar Tagen merkst, okay, dieses Training macht mir eigentlich keinen Spaß. Oder dieser Ernährungsplan, den ich hier mache, der würde theoretisch so funktionieren, wenn ich ihn 1 zu 1 so durchhalten könnte, aber was ist, wenn mein Geburtstag ist? Was ist, wenn ich mal in den Urlaub fahren will? Was ist, wenn ich mal es satt habe, jeden Tag irgendwie Quark zu essen? Dann kommen diese Apps relativ schnell an ihre Grenzen und daran scheitert es. Und das Ganze hier ist nicht nur auf verschiedene Apps bezogen, sondern auch auf mehrere Programme, die es da draußen gibt. Es gibt ja auch hunderttausende verschiedene Fitnessprogramme und meiner Meinung nach ist davon 90% einfach Bullshit. Man sollte sich fragen, okay, warum kann so ein Programm für 30 Euro angeboten werden? Wenn man schon schaut, okay, hier in Deutschland kostet so ein Personal Trainer, der seine Lizenz gerade gemacht hat, also der gerade aus dem Studium kommt oder aus der Ausbildung, mindestens mal durchschnittlich 80 Euro pro Stunde. In der Regel mehr. Und wie kann es sein, dass so ein Programm, so eine App, die dich zu deinem Traumkörper bringt, angeblich nur 10 Euro kostet? Und das Problem ist, viele hüpfen von Programm zu Programm, von App zu App. Sie probieren das eine aus für 20 Euro, probieren es ein paar Wochen, merken, das ist nicht alltagstauglich, springen zum nächsten, probieren es wieder ein bisschen, machen dann mal eine Low-Carb-Diät, machen dann mal eine Stoffwechselkur, machen dann ein halbes Jahr gar nichts, dann Saftfasten, dann essen sie die Hälfte und dann machen sie irgendwas anderes. Sie springen von einer Sache zu einer Sache zu einer Sache zu einer Sache zu einer Sache. Das bringt langfristig nichts. Und es ist einfach nicht alltagstauglich. Das ist das Problem. Du brauchst wirklich ein Konzept, was für dich individuell funktioniert. Wenn du halt jemand bist, der gerne morgens zum Frühstück Porridge isst, dann macht es keinen Sinn, das übrigens mit dir rauszustreichen und dir irgendwas einzuzwängen, was du vielleicht gar nicht magst und was du nicht regelmäßig essen könntest für die nächsten Monate, Jahre. Das ist Bullshit. Das hält nur mal ein, zwei Wochen durch, aber dann kommt der erste Geburtstag, der erste Urlaub, Familienessen und dann ist man raus und dann wieder reinzukommen ist extrem schwer. Dann kommt leider sehr auf die Ausrede, ja, bei mir funktioniert es nicht, ich kann meinen Traumkörper nicht bekommen wegen Genetik, wegen zeitlich, was auch immer. Natürlich, wenn du solche Apps probierst, solche Programme, die einfach grundlegend voraussetzen, dass jeder Mensch gleich ist, denn das tun sie, selbst wenn du ein paar Sachen abfragst, aber trotzdem ist es sehr allgemein. Entweder scheitest du daran, dass du nämlich das richtige Konzept hast oder dass du einfach nicht glaubst, es funktioniert und es deswegen gar nicht probierst. Dann belügt man sich einfach nur selbst und wartet darauf ab, dass das nächste Fitnessprogramm oder die nächste Fitness-App kommt, FitTracker, was auch immer. Und da kann man lange drauf warten, denn wenn die ersten paar nicht funktioniert haben, dann werden die nächsten beiden auch nicht funktionieren. Und damit du mal weißt, was wirklich funktioniert, also schau erst mal, dass du dir anschaust, wie ist dein Alltag, wie ist deine Situation, also deine Ist-Situation. Das heißt, wo stehst du aktuell vom Körper her, was ist dein Körpertyp, welchen Körperfett hast du, welche Körperstellen, wie sieht es zeitlich bei dir aus, wie sieht es aus mit deinem Alltag, wann kannst du dich ernähren, wann sollst du lieber nichts essen, wie sieht es mit dem Training aus, wie würde das zeitlich reinpassen und analysiere deine Ist-Situation. Dann schau dir an, was ist dein Ziel, wo willst du hinkommen, wie soll dein Körper aussehen, welche Muskulatur willst du aufbauen. Und darauf basieren, entwickle dann eine Ernährung, die bei dir in den Alltag reinpasst. Das heißt, dass es dir erlaubt natürlich, die perfekten Nährstoffe zu treffen, die dein Körper braucht, Kalorien, Proteine, Kohle, Fette, alles drum und dran, aber mit einer Ernährung, wo du wirklich eine Struktur drin hast, dass du genau weißt, was ist dann am besten morgens, mittags, abends, vor deiner Arbeit, nach der Arbeit, mit Sachen, die dir schmecken, die dich satt machen und die du länger als ein paar Wochen durchhalten kannst, sondern theoretisch für immer, dann ist es auch nachhaltig. Denn wenn du satt wirst und deinem Körper die Nährstoffe gibt, die er braucht, dann wirst du es auch langfristig durchhalten können. Genauso mit dem Training. Bau ein Training ein, was dir Spaß macht, was zeitlich für dich umsatzbar ist und nicht nur für zwei Wochen, siebenmal die Woche, sondern für mehrere Monate, mehrere Jahre, ein paar Mal. Ich habe Kliententrainieren einmal die Woche oder zweimal die Woche, auf jeden Fall möglich und was dir Spaß macht. Und dann zieh das kontinuierlich Schritt für Schritt durch und beobachte einfach, wie dein Körper sich formt, wie du es willst. Fettverbrennen, Muskel aufbauen. Halt natürlich einen Augenmerk immer auf den Fortschritt, das heißt, kontrolliere, okay, wie verändert sich dein Aussehen, regelmäßig in den Spiegel, Waage und so weiter. Es ist gar nicht kompliziert, wenn man einmal ein Konzept hat, was für einen funktioniert. Und das ist so der grobe Weg, wie es da auf jeden Fall geht. Ich würde sagen, falls euch dieses Video gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr kein neues Video verpasst. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Henry und ciao.